Alhamdulillah, wassalat, wassalamu, rasulillah, wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Ich wollte jetzt über ein Thema reden, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, insbesondere für die Da'wah im Westen. Denn der Prophet, a.s.w., sagt, oder Allah sagt im Koran, in Sura 12, Vers 108 oder 106, da sagt er, Sprich, dieses ist mein Weg, rufe zu Allah mit Wissen, ich und die, die mir folgen. Das heißt, der Prophet, a.s.w., ich rufe zu Allah mit Wissen, ich und die, die mir folgen. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, der sagt über diesen Vers, das ist ein Beweis, dass derjenige, der dem Propheten wirklich folgen will, dass er zu Allah ruft. Derjenige, der dem Propheten richtig folgen will, der ruft zu Allah. Aber bei Wissen gibt es zwei Arten von Wissen. Einmal natürlich das Wissen vom Islam selber, das Wissen von der Scharia, das Wissen vom Koran, von der Sunnah. Und einmal das Wissen von einer bestimmten Situation der Leute. Und das ist das, was man auch Hikma nennt, die Weisheit, wie man mit den Leuten redet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 16, Vers 126, er sagt, Ruf uns zum Weg deines Herrn mit Weisheit erstens. Dann Und Maw'ida ist etwas, was die Herzen bewegt, eine Rede, die die Herzen bewegt. Und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Und es gibt unterschiedliche Definitionen von diesem Vers, unterschiedliche Tafsire. Aber prinzipiell ist Hikma eigentlich in der arabischen Sprache das Richtige an die richtige Stelle setzen. Und das kann manchmal verschieden sein. Dessen sieht man auch im Leben des Propheten, es gibt verschiedene Arten, wie er mit Leuten geredet hat. Es gibt sehr oft Zeiten, wo er den Leuten die Liebe vermittelt hat, dass er ihn so sehr für diese Leute liebt, dass sie zum Islam übertreten. Es gibt Phasen, wo er auf der Minba gestanden hat, vor den Sahabern, wo er geredet hat, wo seine Augen rot geworden sind, wo sein Gesicht rot wurde. Und wo er seine Wut gezeigt hat. Machen wir kurz auf Pause, Bruder. Es gibt Hadiths von Jabir, in Sahih Muslim wird er überliefert, dass der Prophet auf der Minba gestanden hat. Seine Augen wurden rot und sein Gesicht hat Wut gezeigt und er hat seine Stimme erhoben. Es gibt Hadiths, die überliefern, dass er seine Stimme erhoben hat, dass er sogar bis zum Markt gehört hat, aus der Moschee in Medina. Es gibt Hadiths von Ibn Umar, dass er gedacht hat, er fällt mit der Minba rum, weil er so viel Energie hatte, der Prophet, a.s.w. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wie wir die Menschen ansprechen. Aber ich möchte dir eine Sache klarstellen. Es ist niemals möglich für jemanden immer 100% das richtige Wort zu treffen. Warum sage ich das? Weil viele Leute, die denken an diesen Vers und die haben dann so eine Angst, mit jemandem Dauer zu machen. Sie denken, oh, nicht, dass ich was Falsches sage. Und die können gar keinen Einfluss mehr haben. Du kannst niemanden beeinflussen, niemanden bewegen, wenn du selber unsicher bist. Und das ist etwas, was wir unbedingt verstehen müssen. Der Mensch, der ist nicht nur jemand, der sich von allem, was wir sehen, beeinflussen lässt, sondern Gefühle beeinflussen. Das hört sich doof an, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du jemanden lachen siehst, kennst du den Vortrag, ist dir finden, der Kaffeemaschine hat ein Beweis, dass der ist langweilig. Kennst du den? Ja? Kennst du den? Ja. Kennt ihr den? Ja. Mit der Kaffeemaschine. Du hast garantiert gelacht, als du den gesehen hast, oder? Weil ich mich gedacht hast. Weil ich mich da sowas ver... Ja, Bruder, das will ich sagen, Gefühle sind ansteckend. Wenn du jemanden siehst, der voll traurig ist, wirst du traurig. Wenn man jemanden sieht, der wütend ist, kann man oft wütend werden. Das ist ansteckend. Das ist halt nun mal so. Und deswegen ist es auch so, wenn man unsicher ist, man kann dem anderen keine Sicherheit geben. Selbst wenn man das nicht sieht, wenn das nicht irgendwie offensichtlich ist, steht, ich bin unsicher. Sag es nicht zu dem, ich bin unsicher. Aber der merkt das. Der merkt das an der Körpersprache. Ich habe das zum Beispiel einmal gesehen bei der Kundgebung in München-Gladbach an diesem Wilfried Schulz. Verstehst du? Ich sehe so. Weißt du, der ist da vorne, ist einer eine Rede am Halten. Und er hat dann die Hände in der Tasche. Und dann geht der hin und her und guckt dann immer die ganze Zeit seine Leute an, die mit ihm sind, und ist am Lächeln. Die sind über ihn am Reden. Das ist nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Du merkst, weil seine Reaktion natürlich ist. Wenn da vorne einer über dich redet, und du gehst dann hin und her, er versucht von den Leuten Bestätigung zu finden, dass sie sagen, nee, was der da vorne erzählt, ist völlig falsch, und ist total unsicher, und hat die Hände in der Tasche. Weißt du, du merkst solche Sachen. Dann, ein Bruder, der wurde vom Fernseher interviewt, ja. Ich gucke mir das an, ja. Er wird interviewt, ist ein super Bruder, ja. Nur, er strahlt bei diesem Interview, ist er nicht so einfach, Unsicherheit aus. Weil mit seinen Augen macht er so. Daran siehst du, er ist unsicher. Deswegen, du musst dich selber, selber, man muss sich selber, man muss sich selber erst mal einstellen. Du musst dich selber einstellen. Ich werde euch gleich, das sage ich nicht im Video, ich werde euch gleich sagen, wie ich mich einstelle, wenn ich mit solchen Leuten rede. Aber ich habe eine Methode, wie ich mich einstelle. Verstehst du? Aber das kommt gleich, ich müsste mich gleich daran erinnern. Man muss sich selber einstellen. Ja, man muss aber voll von seiner Sache überzeugt sein. Und du darfst niemals so denken, ja, von wegen, ja, boah, ich weiß nicht, nicht, dass das dem nicht gefällt. Und vielleicht sage ich was Falsches. Wenn du so denkst, glaub es mir. Du hast keine Wirkung. Mach mal auf Pause, bevor ich es vergesse. Was ein super wichtiges Thema ist, ist, wie man ein glückliches Leben führt, beziehungsweise wie man Erfolg im Leben bekommt. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und das möchte ich hier, und ich denke, dass es sehr wichtig ist, da gibt es einmal die westliche Herangehensweise und dann gibt es die islamische Herangehensweise. Oder die westliche Sicht und die islamische Sicht. Und dieser Vortrag, der ist auch sehr wichtig für viele Muslime. Weil viele Muslime, die haben diese westliche Sicht von Erfolg angenommen. Und dadurch sind sie so weit vom Islam abgekommen, weil die Dunja sie geblendet hat. Und ich gebe hier mal eine Definition, und die wird aufgeschrieben in Oxford University Press. Da wird gesagt, Erfolg ist das Erreichen von Zielen, das Erreichen von Zielen, das Erringen von Reichtum, Macht und Bekanntheit, beziehungsweise Popularität. Das ist denen ihre Erklärung. Und ihr werdet bestätigen, das geht vielen Leuten so. Wenn ihr euch erinnern könnt, an eure Jugendzeit, hattet ihr auch diese Poesiealbum in der Schule gehabt. Name, Adresse, wie heißt du, Sternzeichen und so weiter. Da gab es immer, wer ist dein Vorbild? Was haben viele angegeben? Die Männer alle, Fußballspieler. Was willst du später mal werden? Fußballprofi. Stimmt, so habe ich recht. Die meisten haben mich ein Fußballprofi. Dann andere, was war das andere gewesen? Die Frauen, was haben die angegeben? Was haben sie? Sängere. Genau. Ich will sie werden, wie Whitney Houston beispielsweise. Ich will werden, wie, was weiß ich hier, Lothar Matthäus. Aber das ist schon eure Zeit, ist da schon vorbei. Aber so ungefähr. Warum? Weil die haben Geld, die haben Macht, Reichtum, dieses, das. Wenn Whitney Houston in die Halle kommt und spricht die Oktave an, sind direkt 60.000 Leute am Klatschen, hat Geld, sieht gut aus, alle sind über sie am Schreiben, bla bla. Aber wenn ihr dir das Ziel mal anguckt, erst mal sowieso diese Definition, die ist so ein Schrott, so was wird unterlegen gegenüber dem Islam, das Erreichen von Zielen. Vielleicht hat einer das Ziel, sich selber umzubringen. Hat der Erfolg gehabt, wenn er sich umgebracht hat? Das war ein erfolgreiches Leben gewesen. Sie haben sehr gut hängen bekommen. Sie haben selber das Rappengift gefressen, sind elendig krepiert, haben sie gut gemacht. Völliger Blödsinn. Dann, Bekanntheitsgrad. Bekanntheitsgrad, wie viele Leute sind bekannt geworden? Danach können die nicht mal mehr alleine einkaufen gehen. Dann, Reichtum. Reichtum. Sind die Leute, die reich sind, glücklich? Nein. Im Gegenteil, die haben oft mehr Angst als alle anderen, dass die Kinder entführt werden oder was auch immer. Die haben mehr Angst als viele andere. Die haben Angst, ihr ganzes Geld zu verlieren. Das Reichtum ist nicht etwas, was dich glücklich macht. Ganz im Gegenteil, Reichtum ist etwas, was dein Leben eng machen kann. Das ist wirklich so. Du siehst, wie viele Leute haben sich selber erschossen und die waren reich. Der Reichtum, das glücklich sein, lässt sich nicht auch Reichtum messen. Dann das nächste, was war das gewesen? Stellung in der Gesellschaft oder Macht. Das ist genau dasselbe. Wie viele Leute haben eine große Stellung in der Gesellschaft? Und um das zu unterstreichen, gebe ich einfach mal reale Beispiele. Ich habe es gerade theoretisch gesagt, dass diese Definition ein absoluter Unsinn ist. Aber wir geben einfach mal reale Beispiele. So, jetzt in Deutschland. Was sind in Deutschland die beliebtesten Menschen oder die beliebteste Berufsgruppe? Wer ist das? Fußball-Nationalspieler. Super, der kommt doch noch direkt drauf, genau. Fußball-Nationalspieler. Wenn du ein Fußball-Nationalspieler bist, glaubst du mir, damals beim Boxen, wenn wir eine Autogrammstunde hatten und da waren Fußballspieler dabei, da hat sich für uns kein Mensch interessiert. Das heißt, wenn der Fußballspieler der letzte auf der Auswechselbank spielt und bei uns vielleicht der Box-Weltmeister ist, interessiert keiner. Das ist der Fußballprofi. Geschweige denn in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, dann ist er sowieso Nummer, Number One. Ja? So, jetzt überleg mal, wie viele Jahre ist es her? Zwei Jahre, drei Jahre? Robert Enke, Fußball-Nationalspieler. Was hat er gemacht? Selbstmord. Selbstmord. Der hat Geld, der hat Ruhm, den lieben alle oder die meisten, der hat so viele Fans. Ich weiss, wie viele Fans der hat. Aber was ist am Ende passiert? Tot. Whitney Houston, hier haben wir eben drüber geredet, nachher heroinabhängig gewesen. Vielleicht hat die auch Selbstmord begangen, ist dadurch gestorben, weiß man ja nicht so genau. Ja. Dann, wir haben noch Diego Maradona. Guck mal, Diego Maradona, der ist super Spieler. Was meinst, was der in Argentinien beliebt gewesen ist? Und jetzt drogenabhängig, nur noch Probleme am Hals, sein ganzes Geld kaputt gemacht. Hier, da ist Michael Schäfsi, der Boxprofi. Was meinst, was der in, was meinst, was der in, in Dings beliebt gewesen ist, in Polen gerade? Wie viel Geld hat der gemacht? Wie oft er seinen Weltmeisterschaftstitel verteidigt hat? Der, der war Bobox-Feldmeister gewesen. Was hat er gesagt? Er hat sein ganzes Geld verhurt und versoffen, hat er gesagt. Ja, ist so. Siehst du dann am Ende, am Ende mit der Welt? Wie viele von denen sind abgestürzt? Wie viele von denen sind nie glücklich geworden? Das heißt, das ist kein wahrer Erfolg. Ganz klarer Fall, da gibt es so viele Beispiele von. Und es ist wirklich traurig, weil man manchmal sieht, wie einige Muslime, wie sie diesen Definitionen oder Vorstellungen im Westen unbedingt entsprechen wollen. Erstmal, wir sagen nicht, alles im Westen ist schlecht. Das ist ja völliger Blödsinn. Wir sagen nicht alles, die Deutschen oder so. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber man muss einfach mal realistisch sein. Ich habe hier einmal ein Buch gelesen, von einem arabischen Professor für islamische Theologie. Da schreibt er in dem Buch, das ist ein Buch über islamische Philosophie, da schreibt er in dem Buch auf Seite 8, und wie können einige Leute sagen, die Philosophie sei nicht wichtig, irgendwie so auf diese Richtung, obwohl doch der deutsche Philosoph Punkt, Punkt, Punkt gesagt hat, und dann zitiert er von diesem deutschen Philosophen. Dieser deutsche Philosoph ist einer der übelsten Zerstörern Deutschlands gewesen. Aber der arabische Gelehrte, der nimmt diesen deutschen Philosoph, der selbst in Deutschland nicht akzeptiert wird, und ist dann mit dem man angeht. so, der Beweis, der nimmt ihn als Beweis, wieso Caller Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, so als wenn du sagst, wie kann man sagen, man darf, man darf seine Schwester heiraten, man darf Gold tragen, wo auch der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, man darf kein Gold tragen. So versteht ihr, das ist dieser Minderwertigkeitskomplex, von dem wir loskommen müssen. Und deswegen können noch viele Leute keinen für den Islam begeistern. Bruder, es gibt in Deutschland einen Mann, der ist vom Wissensstand her eigentlich, wie soll ich das formulieren, da fehlt sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viel. Ja, wo dann einige sagen, ob der überhaupt Vorträge machen sollte oder nicht, weißt du? Ja, es gibt einen Prediger, aber ich sag dir, Bruder, weißt du was, der hat, der hat, der hat Ausstrahlung, achi, und er hat absolute Gewissheit, wenn er redet. Und deswegen kann er auch Leute vom Islam begeistern. Du kannst keinen vom Islam begeistern, wenn du selber nicht begeistert bist und wenn du selber Minderwertigkeitskomplex hast. Das muss man wissen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann gucken wir, dann gibt es noch andere Vorstellungen. Ich habe jetzt gerade das hier, ich habe jetzt gerade das hier genannt, das ist also das, wie man glücklich wird im Leben. Dann gibt es noch einen anderen Weg, andere Vorstellungen, wie man im Leben glücklich wird und so weiter. Kennt ihr garantiert auch, das ist so ein cooler Spruch, den man sagt. Das ist vor allen Dingen die Einstellung bei der Jugend, so, ja. Was sagen die immer? Wie man leben muss. Überleb mal. Ey, du lebst nur einmal. Du darfst nichts vom Leben verpassen. Ich will nichts vom Leben verpassen. Das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. So. Du darfst nichts vom Leben verpassen. So, guck dir mal die, was meinen die damit überhaupt? Was heißt, so viele Frauen haben wie möglich, so viele Urlaubs fahren wie möglich, so viele Partys machen wie möglich, so viel erleben wie möglich. Guck dir mal den ihr Leben an. Ach, ich kannte so viele Leute, die so gelebt haben und am Ende sind die letzten Versager. Die letzten. Die letzten Versager. Drogenabhängig. Zähne raus. Familien kaputt. Und glaub es mir, von denen, die diese Sünde gemacht haben, das heißt, Sina so viel begangen haben, das heißt, so viele Freunde in unsere Gewächs haben, ich kenne, oder Freunde, ich kenne keinen einzigen, der nachher in dem Stand ist, ein normales Eheleben zu führen. Keinen. Mir fällt keiner ein. Alle, die, die so die Sau rausgelassen haben, es sei denn vielleicht ein Muslim, der voll die richtigen Tauber macht, sind alle kaputt. Psychisch oder physisch, weil sie irgendwelche Krankheiten sich eingefangen haben. Das ist das, wenn du den Weg des Schaitans gehst. Die Leute, die alle Party machen wollen, wie viele davon, die wollen dann auch gut drauf sein, weil dann können sie besser mit Frauen reden, am Ende drogenabhängig, am Ende Probleme, Selbstmordversuche, alles drum und dran. Ach, diese Einstellung, du lebst nur einmal, die macht die Leben völlig kaputt. Und ich habe selber so ungefähr so gelebt. Ich habe selber ungefähr so gelebt, also auf jeden Fall, was Partys und so anging und man muss ja was erleben, ich bin nur um die Häuser gezogen. Und da hast du immer gedacht, boah, was machst du am Wochenende? Und das erste Mal gehst du in eine neue Disco, das ist dann irgendwie cool, aber der nächste Punkt, was hat das eigentlich jetzt hier für einen Sinn ergeben? Also bei mir, ich war sehr witzig gewesen und ich sage dir eins, für Jugendliche, die das nachmachen wollen, ich erkläre das nicht, weil ich stolz darauf bin, sondern ich erzähle das, um die zu warnen. Ach, früher war mir immer langweilig. Jetzt, seit ich Islam genommen habe, jeder Tag ist 100 Stunden zu kurz. Bruder, mir ist keine Sekunde langweilig. Bruder, ich bereue es, wenn ich schlafen muss. Kannst du das vorstellen? Echt, ich bereue es, wenn ich schlafen muss, weil ich will am liebsten gar nicht schlafen, und würde mich den ganzen Tag nur Red Bull saufen, damit ich den ganzen Tag nur auf 200 bin. Verstehst du? Aber geht ja nicht. Du musst ja duschlafen, sonst brüchst du ja zusammen. Ja, das ist so. Bruder, ich sage euch das nicht, um das nachzumachen oder damit man das gut findet. Nur, was ich damit sagen will, ist, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede und ich sage, dieses Leben ist Dreck. Dreck. Nichts anderes. Das ist ein Leben für die Katze. Du kommst dir vielleicht einmal ein bisschen cool vor und du hast vielleicht mal so ein bisschen Kippen und dann kommt, das ist alles Betäubung. Betäubung von einem sinnlosen Leben. Ja, ein Muslim ist jemand, der eine Richtung hat, der eine Gewissheit hat, wo es hingeht. Derjenige, der so lebt, ist wie jemand, der sich im Kreis sich bewegt und der hat mal hier und da einen glücklichen Moment. So ist das. Ja, da kommt wieder das neue Lied und dann, oh, boah, da hast du wieder so ein bisschen Stimmung. Aber diese ganze Musik, das ist alles nur Betäubung von dem Schmerz. Glaub es mir. Oder was meinst du, was ich viel Musik gehört habe? Dann hast du deine Träume im Kopf. Ja, du hörst dann diese Musik, boah, dann stellst dir vor, ja, wie du wieder abgehst und so weiter und so fort. Verstehst du? Ja, ja, ist so. Aber im Endeffekt, das ist nur Betäubung von deinem sinnlosen Leben. So, das heißt, du kannst hier ganz eindeutig sagen, dass alle die, die dieses Leben so leben, unglücklich sind. Und Bruder, ich kenne eigene Freunde, ich kenne so viele Leute, drogenabhängig, Selbstmordversuche, alles drum und dran. Das Beste ist, einmal hat mein Vater gesagt, boah, weil der denkt auch so, du erlebst doch gar nichts vom Leben, keine Partys, kein dieses, kein jenes, weißt du? Da habe ich gesagt, glaube es mir, mir geht es besser. Und dann sagt er, guck mal hier, dein Freund, der so und so, ein Freund von mir von früher. Der nennt diesen Namen. Guck mal, was der alles unternimmt. Da habe ich gesagt, mir geht es tausendmal besser als dem. Eine Woche später hat dieser frühere Freund von mir einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Zeichen für meinen Vater war? Boah. Auf jeden Fall siehst du hier, diese ganze Vorstellungen, die sind alle für die Katze. Alles, was die als Erfolg im Leben ansehen, bringt gar nichts. Jetzt fragst du dich, warum ist das so? Warum, 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 warum ist das so? Warum, warum gehen die diesen Weg? Warum? Und das liegt vor allen Dingen an einer Sache. Wenn wir fragen, wer ist ein erfolgreicher Mensch? Dann geht es vor allen Dingen darum, was ist ein Mensch? Ja, was ist ein Mensch? Und ein Mensch, der besteht, ist nicht nur ein Körper. Ein Mensch, der besteht aus Verstand, der besteht aus Seele, der besteht aus Körper. Aber die Westlich, der Westen, der schaut den Menschen hauptsächlich von der körperlichen Seite an, wie er seinen Körper befriedigt. Sei es mit Gelüsten, sei es mit Essen, sei es mit irgendwelchen anderen Dingen. aber was ist mit dem Verstand? Was ist wichtiger für den Menschen? Der Verstand oder der Körper? Ein Körper ohne Verstand ist wie ein Auto ohne Fahrer. Das Auto wird nicht von der Stelle kommen. Der Verstand des Körper, der Verstand, der Fahrer ist wie der Verstand für das Auto, wo sich das Auto hinbewegt. Und der Verstand ist das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, der Mensch, der hätte nicht diesen Verstand. Wenn er nicht diesen Verstand hätte, dann würden die Löwen uns in den Zoo einsperren. Ja, ist so. Stell dir mal vor, Mike Tyson kämpft gegen den schwächsten Löwen, Löwen, würde er kämpfen. Oder gegen den schwächsten, schwächsten Elefanten. Oder gegen den schwächsten Grizzlybären. Oder gegen den schwächsten Eisbären. Achim, Mike Tyson oder nehmen wir von mir aus Vitali Klitschko, weil der ist aktuell. Vitali Klitschko gegen Eisbär Johnny. Achim, Eisbär Johnny gibt dem eine Bombe, da liegt Vitali Klitschko, liegt der im Koma. Der Brot, der steht keine zwei Sekunden gegen den. Das ist vielleicht ein starker Mann und das ist der schwächste Eisbär. Das heißt, die würden uns in den Zoo einsperren, aber trotz dessen, dass die viel stärker sind als wir und besser riechen können als wir und schneller sind als wir, haben wir den den Zoo eingesperrt und beherrschen wir die. Warum? Weil der Mensch den Verstand hat. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, Herr Vogel, was erzählst du denn da im Westen? Die beschäftigen sich ja nicht mit dem Verstand. Das stimmt doch ja nicht. Lure und See, was die im Westen alle erfunden haben. Die haben hier das Auto, die Kaffeemaschine haben die erfunden. Was habt ihr denn erfunden hier? Ihr Moslems. Könnte jemand sagen. Ja, ihr guckt mal, was die alles erfunden haben. Ich sage erstmal, nicht alle Erfindungen sind gut, die gemacht wurden. Zum Beispiel die Atombombe. Es gibt Sachen, die die Menschheit momentan am zerstören sind. Und wo man jetzt davon ausgeht, wenn es so weiter geht, ist in 100 Jahren gehen die Lichter aus als Beispiel. befriedigen. Aber selbst wenn das so ist, dann haben sie diese Erfindung gemacht. Warum? Um den Körper zu befriedigen. Das ist so. Die Kaffeemaschine haben sie erfunden, damit sie den Kaffee schneller machen können, damit der Körper befriedigt wird. Das Auto wurde erfunden, weil ich halt zum Supermarkt fahren kann, beispielsweise. Ja, jetzt als banales Beispiel. Aber das ist das. Aber hier gibt es einen großen Mangel, wie zum Beispiel das Eingeständnis, dass der Verstand seine Grenzen hat. Der Verstand hat seine Grenzen. Und das ist etwas, was der Islam lehrt. Wo lehrt der Islam das? Zum Beispiel im Koran. So für zwei Fest 255, die fast jeder Muslim auswendig kann. Ganz einfach. Er weiß alles, was vor und was hinter ihm ist und sie wissen nicht, außer was er ihn gibt. Das heißt, es ist ganz wichtig, der gesunde Menschenverstand gesteht ein, dass der Verstand begrenzt ist. Das ist ganz wichtig. Zweite Sache ist, der gesunde Menschenverstand, der deutet darauf hin, nämlich auch das dritte Element, nämlich die Seele. Da kommen wir gleich noch zu. Oder kommen wir jetzt direkt zu. Die Seele. Dass der Mensch eine Seele hat. Guck mal, wie wichtig die Seele ist. Wenn die Seele aus dem Menschen rausgeht, was passiert dann? Dann kannst du ihn nach zwei Stunden aus der Wohnung raustragen, weil er anfängt zu stinken. Ohne Seele ist der Mensch tot. Ist der Mensch nichts wert. Ist der Mensch nur noch eine tote Masse. Kannst mit dem nichts mehr anfangen. Was hat die westliche Ideologie für die Seele getan? Was hat die westliche Ideologie für den Geist getan? Nichts. Er hat den Geist vergiftet mit irgendwelchen Porno-Sendungen und Porno-Filmen. Das ist einfach so. Schaut doch mal die Familien dort an. Weil der Geist vergiftet wurde von dieser Ideologie. Ich lebe nur einmal. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber ihr Muslime. Seid ihr Muslime etwa Leute, die den Verstand Achtung schätzen? Dann sagen wir wieder, warum darf Islam nicht ein Muslim messen? Islam ist nicht, was der Muslim tut, sondern was er tun soll. Aber was wir sagen können, ist, dass es keine Religion gibt, die so dazu aufruf, den Verstand einzusetzen wie der Islam. Keine Religion. Die das Wissen so lobt wie der Islam. Was sagt Allah im Koran? Ja, rufa'u Allah ladhina aman wa ladhina utu al-ilma al-rajaq. Allah hebt diejenigen, die Wissen haben und die die Glauben, stufen. Innamayakhshallah min ibadil ulama Von Allah, die wahrlich diejenigen, die Allah fürchten, sind die, sind die, sind die, sind die Gelehrten. Der Prophet alayhi sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqin yelta yabtarifi ilm sehala Allah ula tariqin ila janna. Wer einen Weg zum Wissen sucht, dem macht Allah den Weg zum Paradies leicht. Wa inna al-alim alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa man fil ardi hat al-hitana ful-baha. Und der Alim für ihn macht istigfa'u wer im Himmel ist und auf Erden sogar der große Fisch im Meer. wa ful-baha'u wa ful-baha'u wa ful-baha'u wa ful-baha'u wa wa ful-baha'u Elm, sondern haben Elm Wissen vererbt das Wissen dann, jetzt wird jemand sagen, ja hier geht es um religiöses Wissen ok, kein Problem, aber der Islam ruft auch dazu auf, der Koran ruft auch dazu auf, sich die Welt anzuschauen um sich herum zum Beispiel in Surah Al-Jahs 4, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala da? Er sagt ja, und in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Herab kommt es hin, Wassers wodurch Allah wieder die Erde belebt und das Wechseln der Winde da ist ein wahrliches Zeichen drin für Leute, die Verstand besitzen das heißt, hier, guck mal, hier schau dir diese Zeichen an sagt Allah damit dann in der selben Seite sagt er unten im letzten Vers an dieser Seite erste Vers, erste Seite von Surah Al-Jahs 4, ja die 45. Suche, dann sagt er und er hat euch alles im Himmel und auf Erden hat er euch dienstbar gemacht guck mal jetzt der hat euch alles dienstbar gemacht was im Himmel und auf Erden ist das sind Zeichen für diejenigen die nachdenken so derjenige Muslim der das jetzt liest diesen Vers was sagt er sich? weißt du was krass ist? das passiert mir oft weil das passiert euch genau da habe ich noch nie so drüber nachgedacht über den Vers guck mal wenn er diesen Vers liest Allah sagt jetzt der hat euch alles im Himmel und auf Erden dienstbar gemacht das sind Zeichen für die die nachdenken das heißt ich muss jetzt nachdenken wo liegt der Dienst für mich ich muss die Welt erforschen Allah hat gesagt alles auf Himmel und Erden hat er uns dienstbar gemacht das heißt in der Sonne muss ein Dienst für mich sein vielleicht Solarenergie in der Erde muss ein Dienst ist ein Dienst für mich ist ein Nutzen für mich dazu führt das das führt den Menschen dazu ein ganz klarer Vers der den Menschen dazu bewegt die Welt zu erforschen deswegen sage ich es gibt keine Religion die dazu aufruft wie der Islam was die Muslime daraus machen ist die andere Frage und deswegen müssen wir zur Religion zurückkehren ja so dann der Prophet wie hat der gelebt das erste Wort was vom Koran herab gesandt wurde war Ikra Lies das ist ein Aufruf Wissen zu erwerben was war eine der ersten Taten des Propheten in Mekka gewesen dass er Dal Arkham gegründet hat ein Haus wie eine Art Schule zum Lernen in Medina eine der ersten Taten die er gemacht hat war das gewesen dass er die Meschid gegründet hat wo gelehrt wurde so das sei ganz klar eindeutig der Islam ist eine Religion des Wissens aber ist auch eine Religion die ganz klar den Menschen vermittelt du hast Grenzen wo sind diese Grenzen diese Grenzen sind dort wo es klare Einweisungen von Gott gibt und wo es Beschreibungen gibt zum Beispiel Ibn Hajj al-Askalani sagt Ibn Hajj al-Askalani sagt in Fattu al-Bari sagt er Das heißt Weg der dazu aufruft die Seele zu reinigen etwas für die Seele zu tun ist was ist der Islam so wie zum Beispiel Surtu Shams sagt Allah elektrischen 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 Staubsauger und steckst den Hals rein oder wie machst du das wer bringt dir das bei bringt dir das Willi Milowitsch bei oder Angela Merkel oder Frau Dr. Sommer von Bravo TV wer bringt dir das bei das bringt dir nur der Islam bei und deswegen muss man sich einfach fragen als Muslim muss man sich fragen wo kriegt man die Rechtsleitung her und deswegen müssen wir die Rechtsleitung nicht im Fernsehen suchen sondern die Rechtsleitung im Koran der Sunnah suchen das ist der Punkt und das ist der wahre Erfolg wer Allah an dem Gesang gehorcht der hat einen gewaltigen Gewinn und wo steht das im Koran im Sunnah warum brauchen wir im Koran im Sunnah wenn du eine Kamera eine Videokamera hast was hast du bei der Videokamera dabei du hast eine Gebrauchsanweisung dabei wenn du ein Auto kaufst du musst eine Gebrauchsanweisung haben du musst wissen welches Benzin oder braucht dieser Wagen Diesel oder Benzin wenn du ein Dieselauto Benzin oder ein Kips geht der Wagen kaputt wenn du ein Computer hast du brauchst eine Gebrauchsanweisung wer schreibt die Gebrauchsanweisung derjenige der diesen Computer hergestellt hat oder die Kamera hergestellt hat was ist mit den Menschen wer hat den Menschen erschaffen Allah und Allah hat uns ein Koran geschenkt den ich nicht als Gebrauchsanweisung bezeichnen würde aber wo zumindest drin steht was wir zu tun haben für unseren Körper für unseren Geist und für unsere Seele für unseren Körper steht im Koran was du essen darfst was du nicht essen darfst zum Beispiel steht im Koran drin verboten ist euch das Tote das Blut und das Schweinefleisch der Prophet der Prophet der Prophet hat verboten also der Prophet hat verboten dass man die Tiere isst die Schneidezähne haben von den wilden Tieren und dass man die Tiere isst die Klauen haben also Greifvögel sind von den Vögeln das zum Essen überall gibt es eine Rechtsleitung Allah sagt im Koran dass der Koran was ist ist eine Erklärung für alles Allah sagt das in Suche alles haben wir in der Tafsir erklärt subhanallah was das für eine Gnade ist lässt man sich gar nicht bewusst alles steht da drin das ist Wahnsinn ob du die Weisheit dahinter erkennst oder nicht und welches Beispiel gebe ich dort immer mit der Weisheit du kennst das Beispiel bestimmt mit dem jungen Kind das zum Arzt geht mit der Impfung das junge Kind kriegt eine Spritze was soll das Kind machen schreien, weinen warum es versteht nicht die Weisheit hinter dieser Spritze aber du als Erwachsenen du weißt es ist eine aber heißt das weil das Kind die Weisheit nicht erkennt dass es keine Weisheit gibt doch aber das Kind erkennt diese Weisheit nicht du zwingst das Kind dazu diese Spritze zu kriegen weil die Spritze gut ist für das Kind so und Allah ist unendlich weiser als wir und der Verlangen von uns dass wir auf ihn vertrauen wenn er sagt mach mach brauchst du nicht zu fragen aber warum und so weiter wenn er sagt ist so ist so warum Allah sagt im Koran sucht 20 Vers so wir haben den Koran nicht auf dich abgesandt damit du unglücklich bist Allah sagt in Suchet Bakara vielleicht hasst ihr etwas was gut für euch und vielleicht liebt ihr etwas und ist schlecht für euch und das muss man verstehen und das ist das worüber wir eben geredet haben der Mensch muss realisieren dass sein Verstand begrenzt ist das heißt was Essen angeht dann was andere körperliche Begierden angeht wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr Allah sagt dir der Prophet erklärt was erlaubt und was verboten ist zum Beispiel Anahalverkehr oder Verkehr mit der Frau wenn sie ihre Tage hat aus Gründen von Krankheit und Hygiene etc ja dann beispielsweise und das ist sehr wichtig der Schlaf der Koran und die Sunna erklären uns wie wir schlafen da wird jemand sagen die erklärt euch für alles ja wir Menschen wir müssen erkennen dass wir schwach sind ja der Prophet hat zum Beispiel verboten dass man was dass man auf dem Bauch schläft hat erklärt dass Allah das verabscheut Bilal Philips und ich sage das ist mein Lehrer ja weil das ist jemand den ich wirklich für Allah liebe und ich kann auch jedem ans Herz legen wer in Deutschland ist der soll bei ihm in der Islamic Online Universität studieren wenn man die arabische die englische Sprache beherrscht er hat erzählt er war 1981 hat er einen Unterricht in Panama gehabt der hat ja schon 1978 hatte glaube ich schon einen Abschluss gehabt in Medina ja der ist schon 1978 hat der Baccalaureat in Medina gehabt da hat er den Magister gemacht in Riyadh 1981 1981 war ein Panama gewesen hat dort Unterricht gemacht für Muslime 1981 MashaAllah und da hat er das erklärt dass man nicht auf dem Bauch schlafen soll und da haben die Schüler gesagt ja warum hat er gesagt ja weiß ich nicht und da hat er auch erklärt dass es Weisheiten gibt die wir nicht erkennen etc dann ist er von Panama nach Guyana geflogen auch in Südamerika Janub Amerika und im Flugzeug hat er ein Magazin gelesen da stand drin es stand etwas drin über Rückenprobleme im Alter Probleme mit der Wirbelsäule und dann haben die erklärt das war ein ganz ausführlicher Bericht wie es zu Rückenproblemen im Alter kommt Grund Nummer 1 schlafen auf dem Bauch und die haben das ganz genau erklärt das heißt die Muslime die haben das 1400 Jahre praktiziert das war dem Wissenschaft noch gar nicht bekannt gewesen dann 1989 es gibt ein Syndrom das heißt SIDS Sudden Infant Infant Death Syndrome plötzlicher Kindstod auf Deutschland 1989 gab es in England eine Studie das heißt die Kinder schlafen einmal wachen die nicht mehr auf diesen Tod ganz am Anfang der Kinder ist das oft passiert das passiert immer noch da haben die in England eine Studie gemacht die haben eine Statistik aufgestellt die haben die Eltern gefragt wie die Kinder schlafen wie ist die Raumtemperatur rauchen die Eltern in dem Raum wie ist die Matratze beschaffen etc und diese ganzen Informationen haben die in einen Computer reingetan und was kam am Ende als die Gemeinsamkeit Nummer 1 heraus schlafen auf dem Bauch dann haben sie und das wird heute in Deutschland gibt es Plätze wo die Blätter verteilt in den Krankenhäusern wo steht wegen plötzlicher Kindstod Kinder nicht auf den Bauch legen kannst du das vorstellen jetzt die haben dann das überall bekannt gemacht in England innerhalb von sieben Jahren ist die Anzahl von plötzlichen Kindstod um 70 Prozent herunter gegangen kannst du dir freuen achi wenn das kein Beweis ist für die Richtigkeit des Islams achi dann weiß ich das nicht verstehst du das heißt der Islam zeigt dir alles Wissen haben wir eben schon drüber geredet wie man mit Wissen umgeht die Seele wie reinigt man die Seele Katada sagt die Seele wird gereinigt durch was durch die Ta'a durch die Erbäder durch die guten Taten die man macht aber im Westen wird die Seele total vernachlässigt und deswegen wundern die sich dass die Leute trotz Reichtum und trotz Bekanntheitsgrad sich umbringen so dann geht es weiter so wenn man diesen Weg vom Koran geht was haben wir ihnen gesagt Der erste Gewinn ist in diesseits welcher ist das dass du ein glückliches Leben führst wie Allah sagt in Versuch 16 Vers 97 oder 96 wer Gutes tut sei er Mann oder Frau dem werden wir was bescheren ein gutes Leben und da siehst du Muslime die wohnen vielleicht in der in der Hütte aber die sind glücklicher als der reichste Käfer in einem Palast warum weil die glückliche Seligkeit etwas im Herzen ist und das können wir jedem sagen das ist ja so wichtig in der Dauer dass wir den Menschen klar machen du wirst ohne Islam nicht glücklich werden wenn du das erzählst werden einige dich anfallen dann werden die so ach ja ihr die sollen springen und hüpfen wie sie wollen wie die Rumpelstiel das interessiert uns nicht wir verkünden die Wahrheit und wem es nicht gefällt hat Pech gehabt ganz einfach tut uns leid für den wir wünschen jedem Menschen das Beste und das Beste ist Islam Ende aus so jetzt ganz kurz am Rande hier wenn wir das sagen der Islam sagt wenn du Allah einen gesandten Wursch hast du gewaltig Gewinn erlangt du wirst ein glückliches Leben führen das ist ja nun dies wir kommen gleich noch auf das Jenseit dann wird vielleicht der ein oder andere sagen was ist dein Beweis dafür du kannst ja viel erzählen wenn er Tag lang ist und hier würde ich jedem den Tipp geben Verse aus dem Koran auswendig zu ermittler erklärung zum Beispiel von Zahrul Najjar das ist einer aus Ägypten Dr. Zahrul Najjar da hat Bücher darüber aber Beweise wissenschaftliche Beweise im Koran oder auch das Beispiel eben mit dem mit dem Schlaf das ist ja sowas von eindeutig guck mal zum Beispiel dass du so Verse auswendig lernst wie Sura 21 Vers 30 und 31 da steht zum Beispiel da steht haben die hier in die Urlaub ich sie nicht gesehen dass Himmel und Erde eine zusammen in der Masse waren und dass wir sie getrennt haben und haben aus dem Wasser alles lebendige gemacht dann sagt er weiter und haben auf die Erde Berge gemacht damit die Erde nicht wie ihn wankert dann sagt Allah in Sura 78 Vers 6 wir haben die Berge wie Flöcke gemacht dann sagt Allah Beweise in Sura 51 Vers 46 Das heißt den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir gehen ihn aus das heißt das Universum lehnt sich aus wird das festgestellt Dr. Edwin Hubble für 40 oder 50 Jahren dann zum Beispiel was im Koran steht Sura 55 Vers ich glaube 19 20 Das heißt die zwei Meere treffen aufeinander zwischen ihnen ist eine unsichtbare Scheidewand sodass sie sich nicht überschneiden das sind alles Dinge die in den letzten Jahren erst festgestellt worden sind die Mohammed unmöglich wissen konnte man sollte solche Sachen lernen in der Dawa damit man damit umgehen kann und das auch verteidigen kann aber wie gesagt das ist nicht das direkte Thema ich wollte das nur kurz ansprechen Suche 33 Vers 71 Wer Allah im Gesandt gehorcht der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt und zum Gehorchen gehört was das möchte auch kurz ansprechen zum Gehorchen gehört dass man mit dem Gesetz Allahs herrscht insbesondere für muslimische Führer warum Allah sagt zum Beispiel in Suche 4 Vers 60 hast du nicht denjenigen gesehen der behauptet an das zu glauben was Allah hast du nicht diejenigen gesehen die behaupten an das zu glauben was Allah hat gesandt und vor dir hat gesandt und sie suchen ihren Gericht Schluss ihr Gesetz beim Tabut und Allah hat ihnen schon befohlen den Tabut zu verleugnen so 4 Vers 65 sagt Allah da sagt Allah das heißt bei Allah sie werden nicht eher glauben bis sie sich zum Richter über das machen was unter ihnen strittig ist und dann in ihrem Herzen keinen Groll dagegen finden und sich völlig fühlen so Vers 44 dort sagt Allah dort sagt Allah wenn ich bin was Allah gesagt hat das sind die Ungläubler so 4 Vers 50 so 5 Vers 50 da sagt Allah vor den jahiliya wurde den jahiliya guck mal bitte so 5 50 jahiliya ich war mir nicht sicher jahiliya 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 und ihre Mönche zu Göttern nehmen, Allah genommen. Und den Messias, der Sohn der Maria, darauf kommt Adi ibn Hatim, kam zum Propheten, wir haben die gar nicht angebetet. Da sagt der Prophet, haben sie nicht das, was Allah halal gemacht hat, haram gemacht hat, das, was Allah halal gemacht hat, halal gemacht hat? Hat er gesagt, ja. Das ist euer Gottesdienst, ihnen gegenüber. Das heißt, wenn jemand behauptet, er habe das Recht, etwas, was Allah verboten hat oder befohlen hat, zu verdrehen und du gehorchst ihm mit dem Ethikat, dass er das Recht dazu hat, hast du ihm zu einem Gott genommen. Und wenn du ihm einfach so gehorchst, bist du schon ungehorsam geworden. Ohne Ethikat. Dann hier, da sagen die, haben die Schurka genommen, das heißt, Teilhaber nehmen Allah, die ihnen in der Religion befehlen, was Allah nicht erlaubt hat. Ja, deswegen, das ist eine ganz wichtige Sache und wir werden sehen jetzt, wo in den islamischen Ländern versucht wird, mit der Scharia zu herrschen, wo dieser Weg gegangen wird, dass man versuchen wird, wie in der Zeit von Mekka, von Medina, Probleme unter der Bevölkerung zu erzeugen und der größte Traum, den die Kuffer haben, ist, dass sie es schaffen, die Bevölkerung gegen die Herrscher aufzuhetzen, die die Scharia einsetzen wollen und dann nachher zu verbreiten, guck, die islamischen Länder, die wollen keine Scharia, die haben jetzt anerkannt, dass Islam nicht taugt für dieses Zeitalter. Das ist das Ziel. Deswegen muss man da richtig vorsichtig sein. Und deswegen im Endeffekt, ja, im Endeffekt, was man wissen muss ist, wenn man jetzt diese ganzen Sachen sagt, ja, über die Scharia und so weiter, das ist alles sehr wichtig, aber im Endeffekt, worum es geht ist, und der große Erfolg, wenn man sich den Koran anguckt, der große Erfolg, das wird nicht gesagt, ist, dass du Geld gewinnst oder was anderes, sondern ist das B'chadis. So viele Versen im Koran, wo das gesagt hat. Zum Beispiel, so 9, Vers 100. Dann, Sur al-Buruj, ich kenn dir ein bisschen, was sagt er dort? Dort sagt Allah, Fouzul-Kabir, über die wir ins Paradies sind. Dann andere Verse, Fouzul-Mubim, Fouzul-Kabir, immer wieder wird das gesagt. Und das ist das, was wir unbedingt verinnerlichen müssen. Der wahre Erfolg ist, in das Paradies einzugehen. In das Paradies einzugehen. Dafür muss man arbeiten. Jeder Gewinn hier im Leben ist alles für die Katze, wenn man nicht ins Paradies geht. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen und uns Kraft geben, diesen Weg weiterzugehen. Das sind meine Worte. Subhanahu wa bihamdiki, shiru wa lalai, la ilan da stafel. Islam Express, Islam Express, Islam Express. Islam Express. Islam Express. Islam Express. Islam Express. Islam Express. Islam Express.